Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade in Dubai und nehmen euch heute mit auf das Ein Dubai, auf das größte Riesenrad der Welt hier in Dubai. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst auch nicht die Glocke anzuschalten und meinen Channel zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Wir machen uns jetzt noch auf den Weg nach Dubai Marina und gehen da noch ein bisschen abspannend lang. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.